Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite, von unserer Seite. Herzlich willkommen zum Cicero-Foyer-Gespräch. Was Sie heute miterleben, ist eine Premiere für Sie, aber auch für uns. Das Foyer-Gespräch heißt deswegen Foyer-Gespräch, weil es normalerweise im Foyer des Berliner Ensembles stattfindet, aber diesmal sind wir sehr gerne nach Karlsruhe gekommen, in dieses Foyer, wo uns das ZKM gastfreundlicherweise beherbergt. Wir sind deswegen gerne gekommen, mein Kollege Georg Löwisch und ich, Christoph Schwennecke von Cicero, weil diese Stadt ein geistig-kreatives Zentrum ist, wie vor etwas mehr als einem Jahr die hochmögende Frankfurter Allgemeine Zeitung einmal festgestellt hat, weil außerdem Georg Löwisch und ich hier ein bisschen heimatverbunden sind, wenn sie jedenfalls Freiburg noch gelten lassen als heimatverbunden und wenn das nicht Feindesland ist. Oh, ich sehe schon, heikel, heikel. Hauptsache badisch. Da sehen Sie mal, das ist noch gar nicht so zusammengewachsen, wie wir gerade gesprochen haben. Ja und drittens, weil wir uns sehr auf die Hauptperson des heutigen Abends gefreut haben. Vor etwa einem Jahr waren wir schon einmal mit diesem Herrn zum Gespräch verabredet und haben ein Gespräch geführt, das sich dann auch in einen Cicero-Titel niedergeschlagen hat. Ich halte es gerne noch ein bisschen höher. Und Georg Löwisch und ich waren in der Staatskanzlei und haben uns hinterher gedacht, mit dem Herrn würden wir uns sehr gerne noch einmal unterhalten und das dann auch sehr gerne vor Publikum. Herzlich willkommen, Winfried Kretschmann, herzlich willkommen, der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg. Herr Kretschmann, es wäre jetzt so, wie wenn ich Eulen nach Athen trage, wenn ich Sie großartig hier vorstelle, alle Menschen kennen Sie hier. Sie sind Ministerpräsident dieses Landes, Sie sind der erste grüne Ministerpräsident Deutschlands oder auch der Welt, ich glaube, das kann man auch so sagen. Sie sind Mitbegründer der Grünen in Baden-Württemberg, waren einige Jahre Grundsatzreferent und damit sage ich auch Mastermind von Joschka Fischer zu seiner Hessenzeit. Sie sind aber nicht zuletzt auch der Lieblingsgrüne der Bundeskanzlerin. Ja, ich meine, wenn wir etwas mitbringen nach Karlsruhe, dann muss es Berlin-Kompetenz sein, also glauben Sie mir das einfach so. Es gibt ja auch Belege dafür. Es gab ein namenhaft oder ein wichtiges Treffen in der parlamentarischen Gesellschaft nach der Bundestagswahl, wo sondiert wurde, ob es mit den Grünen und den Schwarzen im Bund vielleicht doch was werden könne und da wurde lange verhandelt und lange sondiert und am Ende, so wird jedenfalls erzählt, haben Sie Frau Merkel zugerufen, naja, wenn es mit der SPD nichts wird, dann, Sie haben ja meine Nummer, können Sie ja nicht wieder anrufen. Jetzt haben wir alle miterlebt, was in den letzten Wochen in der Großen Koalition in Berlin passiert ist. Hat sich Frau Merkel seither bei Ihnen gemeldet? Nein, dafür hat es ja auch gar keinen Grund. Es klappt ja gut mit dem Herrn Gabriel. Aber Sie haben Zeitungen gelesen in letzter Zeit und Berliner Nachrichten verfolgt? Ganz rund läuft natürlich nie was. Ja, ich meine, wir haben Koalitionäre in Berlin erlebt, die übereinander gesprochen haben, als seien sie Regierung und Opposition in einem. Da sind Vertrauensbrüche von Fraktionsvorsitzenden jetzt zu verzeichnen. Ich weiß nicht, wäre das in Ihrer Koalition normal, was Sie da in Berlin in den letzten Wochen auch an Schuldzuweisungen, immerhin ein Minister, der zurücktreten musste, ein Fraktionsvorsitzender, den jedenfalls Horst Seehofer gerne hätte zurücktreten sehen auf Seiten der SPD. Ist das normales Politikgeschäft? So geht es bei Ihnen auch zu in der Koalition? Bei uns hier ist nichts normal, was in Berlin normal ist. Also das sind schon gigantische Unterschiede. Das heißt, Sie beneiden Angela Merkel um die SPD, die sie hat. Wir sind ein Land, wir sind nicht die Bundesrepublik. Wir haben andere Themen und wir haben auch andere Journalisten. Vor allem haben wir nicht so viele. Und da rennen jetzt bei uns nicht 100 unbeschäftigte Journalisten rum, wo jeder, die nur ein Ziel hat, den radikalsten Satz des Tages von jemandem zu fischen und den zu skandalisieren. Es ist hier einfach nicht so und das bedauere ich nicht. Also wir sind morgen auch wieder weg. Ich habe nichts dagegen. Nur hier ist es nicht so. Und es ist einer der Gründe, warum es mich jetzt noch nie nach früher Bonn oder jetzt Berlin gezogen hat. Das muss einem liegen. War das denn auch der Grund, dass Sie in dieses Vakuum, was es bei den Grünen nach diesem für die Grünen ja schrecklichen Wahlergebnis bei der Bundestagswahl gegeben hat, nicht hinein sind und gesagt haben, ich wäre doch vielleicht doch der Ideale, jetzt die Grünen in eine neue Zeit zu führen. Sie haben diese Rolle ja nicht wahrgenommen. Konnten Sie nicht? Wollten Sie nicht? Oder war dieser Berlin-Abstandsreflex da ausschlaggebend? Es war nie meine Absicht, Bundespolitiker zu werden. Ich mache jetzt Bundespolitik als Ministerpräsident. über den Bundesrat und auch sonst wie. Das mache ich auch gerne. Ist auch sehr wichtig. Aber es war eine Entscheidung von mir, dass ich nicht Bundespolitiker bin. Die war sehr bewusst und die bereue ich keinen Tag. Und ich habe da Aufgaben wahrgenommen. Da gab es auch Kontroversen in meiner Partei. Aber ich hatte jetzt nicht die Absicht, nach Berlin zu geben. Ich glaube, das wäre nicht mein Metier. Das haben, da muss man Leute angucken wie den Beck. Das war wirklich, glaube ich, ein hervorragender Ministerpräsident. Aber das war einfach nicht sein Spielfeld in Berlin. Und das weiß ich, das wäre meines auch nicht. Und darum zieht es mich da nicht hin. Man muss einfach wissen, wo man hingehört im Leben. Und ich weiß das. Und ich bin wirklich gern Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und davor war ich auch immer schon ein überzeugter Landespolitiker. Und das ist einfach die Ebene, die mir zusagt. Und darum muss ich jetzt nicht Berlin. Da rennen doch genug andere rum. Hat sich da möglicherweise parteiübergreifend etwas geändert. Sie haben Kurt Beck angeführt. Der hat es am Ende dann doch getan. Tatsächlich nicht zu seinem politischen Vorteil. Es gibt andere Landespolitiker. David McAllister war auch so jemand oder ist so jemand, der immer gesagt hat, ich gehöre nach Niedersachsen. Früher, also ganz so alt bin ich auch noch nicht, aber ich rede jetzt mal von früher, war es immer so, dass die Länder auch quasi dazu da waren, Karrieresprungbrett zu sein für die Bundespolitik. Ist da was anderes geworden? Das kann auch sein. Dagegen ist im Einzelfall auch gar nichts zu sagen. Es ist ja auch nicht schlecht, wenn man auf der Landesebene Erfahrung sammelt, sagen wir Ministerpräsident war und dann Bundesminister wird. Es ist nichts dagegen zu sagen. Es muss einem liegen und das muss man wollen. Da gibt es jetzt keine Gesetze irgendwelcher Art, aber es ist andererseits seits so, dass ich denke, dass wir heute die Länder jedenfalls unsere Aufgabe sehr selbstbewusst wahrnehmen und auch jenseits der Parteizugehörigkeiten. Ich glaube, solche unterschiedlichen Zuständigkeiten, das ist etwas ganz Wichtiges. Und man muss einfach mal sehen, dass die Landespolitik, der Bundespolitik nicht untergeordnet ist, auch wenn das manche denken. Das ist nicht der Fall. Wir haben andere Aufgaben, die nehmen wir selbstständig wahr. Andere sind gemischt. In anderen führen wir die Bundesgesetze aus. Da bricht dann natürlich auf der Ebene Bundesrecht, Landesrecht. Und das ist ein wohl geordnetes föderales Gemeinwesen. Und wir sind keine Provinzen des Bundes. Wir sind eigenständige Länder. Wir haben Verfassungen, können sogar Staatsverträge abschließen. Auch wenn wir jetzt keine autochtone Zuständigkeit für die Außenpolitik haben. Das ist auch, die schlimm bedauere ich jetzt auch nicht. Also das muss man sehen, da ist ein bisschen was falsch geortet bei vielen. Wir sind ein subsidiäres Gemeinwesen und wir sind kein dezentrales, wie jetzt in Frankreich. Das ist etwas völlig anderes und das sollten wir mal schmackhaft finden und nicht irgendwie blöd. Die Wechselwirkung von Bund und Land findet ja aber auch in der Partei statt. Sie müssen ja an einer erfolgreichen, bundesweit erfolgreichen grünen Partei interessiert sein. Sie sind ja auch immerhin Mitglied. Haben Sie denn die Erfahrung gemacht, dass Sie sich seit der Bundestagswahl stärker einbringen, dass Ihnen vielleicht ein bisschen genauer zugehört wird bei den grünen Kollegen anderswo? Also, dass mir nicht zugehört wurde, darüber kann ich mich jetzt nicht beschweren. Die Leute haben nur meine Meinung nicht ohne weiteres übernommen. Das darf man jetzt nicht gleich verwechseln. Und hat sich das verbessert? Ja, man muss erst mal sehen, wir sind jetzt in Berlin eine kleine Oppositionspartei. Aber wir regieren in sieben Ländern mit. Jetzt auch noch schwarz-grün in Hessen. Das heißt, da ist jetzt auch sozusagen eine Achse zum anderen Lager da. Ich meine, wir sind stark. Rot-Grün und Grün-Rot und jetzt natürlich auch zusammen mit den schwarzen Hessen. Wir stellen auch vielen Gebieten die Mehrheit im Bundestag, im Bundesrat da. Also, wir reden da ein gewichtiges Wort mit. Insofern haben wir natürlich auch einen entsprechenden großen Einfluss. Was ist denn der größte Erfolg der Grünen seit der Bundestagswahl, Ihrer Meinung nach? Der größte Erfolg seit der Bundestagswahl ist erstmal, dass wir eine große Schwäche des Koalitionsvertrages, nämlich das Ungleichgewicht, was da jetzt in die Renten zusätzlich gesteckt wird und wie wenig verglichen damit in die Zukunftsbereiche Kinderbetreuung, Bildung, Forschung gesteckt wird, dass wir dieses Ungleichgewicht zur Sprache bringen und kritisieren und da sehr viel Zuspruch bekommen, zum Beispiel aus der Wirtschaft. Das ist erstmal ein großer Erfolg und zeigt, dass große Koalitionen sehr selten große Dinge vermögen und wenn, sind sie oft nicht in der richtigen Spur. Und das ist hier der Fall und das sozusagen kraftvoll in die Debatte gebracht werden, sodass sich da erste Risse wirklich zeigen, das ist erstmal ein wichtiger Erfolg. Also vielleicht bin ich ja nur verliebt in diesen Gedanken, aber ich stelle mir vor, Sie wären nach der Bundestagswahl bei den Grünen mehr auch auf die bundespolitische Ebene gegangen. Wäre es nicht doch so, dass die grüne Stimme dann stärker wäre? Denn die Personen, die jetzt übernommen haben, von denen, die es lange Jahre gemacht haben, das können Sie nicht ernsthaft sagen, dass die Grünen im Moment einen geordneten und starken Eindruck im Bund machen. Es gibt eine Oppositionsstimme, die heißt Gregor Gysi und ihre Parteikollegen gehen im Moment etwas unter und ich könnte mir vorstellen, dass Sie mit Ihrer Vita und dem Amt eines Ministerpräsidenten da anders wirken könnten, als die Kollegen, die sich daran gerade versuchen. Sie müssen einfach mal sehen, bis die neue Regierung im Amt war, das hat ja fast bis zu neun Jahre gedauert, bis der Bundestag überhaupt erst mal gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob er überhaupt schon in allem fertig ist, kann man jetzt nicht gleich erwarten, dass man da jetzt in die Vollen geht. Wir haben da Personalwechsel, die Leute müssen sich reinfinden in ihr Amt und das war immer die Stärke der Grünen, wir haben einen langen Atem. Wir müssen jetzt nicht irgendwie in den ersten Monaten zeigen, wo der Bartel den Mosthol, darauf kommt es gar nicht an. Man muss da konzeptionell sich aufstellen, der Opposition, die langen Linien erarbeiten, abstimmen und dann mit einem langen Atem diese Linien auch versuchen durchzusetzen, dicke Bretter bohren. Das muss man machen als kleine Oppositionsfraktion, kann man jetzt nicht groß aufwarten. Im Übrigen haben wir eine Bund-Länder-Koordination, die ich auch persönlich leite, in der wir uns abstimmen, die Länder auch mit unserer Bundestagsfraktion und das ist jetzt noch gar nicht richtig angelaufen. Es gibt wenig Gesetzesvorhaben, die schon im Bundesrat gelandet sind. Insofern einfach ein bisschen Geduld haben, es läuft uns nichts davon. Dicke Bretter bohren ist ja vielleicht auch ein gutes Stichwort. Wir haben bei diesem Gespräch, was wir vor einem Jahr bei Ihnen in der Staatskanzlei mit Ihnen geführt haben, gelernt und ich glaube, das hat sich dann auch ein bisschen rumgesprochen, dass Sie begeisterter Heimwerker sind und da eigentlich alle Gewerke beherrschen. Die Überschrift damals hieß, ich kann alles außer Schweißen, selbst daran soll jetzt wohl was geändert werden demnächst. Also diese kleine Lücke wird auch noch geschlossen. Ich will sozusagen auf Ihre heimische Werkstatt, also hier aufs Land zu sprechen kommen und provokativ gefragt, arbeiten Sie da einerseits an einem ausgeglichenen Haushalt, das ist Ihnen vorgegeben bis 2020 und bringen damit vor allem die Lehrer gegen sich auf, also dem Berufsstand, dem Sie selber angehören. Ja, das ist jetzt ein ganz beliebtes Thema auf den Fastnachtsveranstaltungen. Da sind nur die Lehrer. Dass Sie alle Lehrer gewählt haben, jetzt haben Sie ihn. Ja, man muss einfach sehen, das ist einfach mal so. Wir müssen sehen, wir sind ein reiches Land, aber wir haben wenig Kinder. Der demografische Rückgang ist dramatisch. Ja, wir werden etwa von 2005 gerechnet bis 2020 20 Prozent weniger Schülerinnen und Schüler haben. Das haben die Vorgängerregierung zu sehr liegen lassen, das Problem. Und es fällt uns jetzt mit Macht auf die Füße. Wir haben zurzeit Schülerregänge von über 20.000 Schülerinnen und Schülern jedes Jahr. Es ist klar, dass so etwas die Schullandschaft einfach umpflügt. Da haben einfach Schule keine Eingangsklassen mehr, die ausreichen und ähnliches mehr. Darauf muss man erst mal reagieren und das führt einfach zu tiefen Umbrüchen. Ja, und das kann man jetzt nicht erwarten, wenn man da ganz neue Dinge macht, die wir machen. Das stößt natürlich erst mal auf Skepsis, weil das niemand kennt. Also wir führen Gemeinschaftsschulen ein. Ja, ich meine, wer kennt die? Erst mal niemand. Die Leute fluten die jetzt und die Gemeinschaftsschulen haben ein großes Problem. Die vielen Besucher stören schon den Unterricht. Ja, also darüber müssen sie ja Menschen erst informieren. Da gibt es ja auch jetzt die Opposition, die das ablehnen und gar nicht will und sagt, es ist des Teufels und mit Gewalt an dem, was sich früher mal durchaus bewährt hat am dreigliedrigen Schulsystem festhalten will. Also gibt es da Konflikte? Dann müssen wir den Haushalt sanieren. Das haben wir jetzt nicht speziell mit den Lehrern gemacht, aber bei einem Personalkostenanteil von 43 Prozent kann man natürlich einen Haushalt nicht am Personal vorbei sanieren. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also mussten wir gewisse Einschnitte bei den Beamten machen, etwa bei der Beihilfe. Das gefällt denen natürlich nicht. Das kann man ihnen ja auch nicht verübeln. Dem gefällt schon, wenn man ihm Geld wegnimmt. Ja, und das mit diesen ganzen Umbrüchen zusammen, sicher ist da am Anfang auch einige schiefgelaufen. Ich meine, wir haben auch unterwegs schon eine Kultusministerin verloren. Der Neue ist jetzt ein Jahr im Amt, macht da, glaube ich, einen wirklich guten Job. Und es kommt jetzt mehr Ruhe, Ordnung rein. Der managt die Sachen gut. Und das fängt sich jetzt an, klimatisch etwas zu verbessern. Das ist mein Eindruck. Aber erstmal ist es in der Tat eine schwierige Baustelle und viele sind erstmal damit nicht zufrieden. Im Gegensatz zur Gesamtpolitik, wo wir gute Noten bekommen, sind sie mit der Bildungspolitik nicht zufrieden. Dazu kommt, wir haben dann beschlossen, dass wir auch Lehrerstellen einsparen. Aber die zweite Wahrheit dazu, dass wir einen Schülerrückgang von 20 Prozent haben, aber nur 10 Prozent der künftigen Lehrerstellen in diesem Zeitraum einsparen, den wissen die meisten Menschen erstmal gar nicht. Aber das ist ja nun dramatisch und da kann man ja ernsthaft nicht von Sparen reden. Wir haben mit Abstand das beste Lehrerschülerverhältnis aller Länder. Also das sind Dinge, die müssen wir besser kommunizieren. Das tun wir jetzt auch und es gelingt Schritt um Schritt. Wir haben vieles gemacht. Beispiel 1.000 Sozialarbeiter eingestellt. Ja, ich meine, das dauert halt mal ein Schuljahr, bis man merkt, dass sich jetzt was ändert. Und das sind alles Dinge, die jetzt wahrgenommen werden. Und ich nehme jetzt mal persönlich wahr, dass es sich anfängt zu bessern. Ja, und dass die diffuse Kritik, dass wir die jetzt erstmal präzisieren müssen und dann kommen wir weiter. Auf jeden Fall haben wir sehr, sehr viel getan in diesem Bereich, sehr viel Geld reingesteckt in die frühkindliche Bildung. Jetzt gerade heute ein Gesetz verabschiedet zur Einführung von Ganztagesschulen. Im Gesetz ist nie gemacht worden. Damit ist Verbindlichkeit mit den Kommunen da und so weiter. Also ich meine, das geht halt nun mal nicht so schnell und so glatt. Da ist nichts dran zu machen bei so dramatischen Außenbildern. Man merkt, da ist Emotionalität drin. Aber Stichwort gute Kommunikation. Also ich habe gelesen von einem Landtagsabgeordneten, Klaus Schmiedl, ich glaube, der gehört der SPD an, koaliert mit Ihnen, dass es viel mehr Schüler im System gibt, als die Statistik sagt. Und dann habe ich noch gelesen von einem anderen SPD-Politiker, der heißt Stefan Fulst-Blei, Bildungsexperte, ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt keinen Spielraum für die Streichung auch nur einer Lehrerstelle, zumindest wenn wir unsere Reformagenda umsetzen wollen. Das heißt, der Mann sagt, wir haben so viel vor, Gemeinschaftsschule, Ganztagsschule, Integration von Behinderten. Ja, da können wir leider nichts streichen. Was ist denn jetzt nun die Haltung der grün-roten Koalition? Die Haltung der Koalition ist erstmal, gute Unterrichtsversorgung geht vor. Ja, geht vor. Würden alle immer unterschreiben. Ja, es ist aber so, machen wir auch. Der Unterrichtsausfall an den Berufsschulen ist in zweieinhalb Jahren schlichtweg halbiert worden und der war chronisch hoch. Also ich meine, es passiert wirklich was. Es ist nicht nur irgendein Geschwalle. Es passiert was und ich glaube, es gibt Probleme bei der Ressourcensteuerung. Wie Sie sehen, natürlich ist der Schülerrückgang, ist ja nicht einfach automatischen Klassenrückgang. Bei diesen dramatischen Rückgängen verschwinden, was weiß ich, Werke, Realschulen. Lehrer müssen es ja erstmal gucken, wohin sie die bekommen. Das sind alles Dinge, die nicht so schnell gehen. Da ist die Ressourcensteuerung ist nun wirklich ein Thema für sich. Das läuft. Das bedeutet, dass die Lehrer dort sind, wo sie gebraucht werden. Ja, dass die Ressourcen dorthin kommen, wo sie gebraucht werden. Auch da wundere ich mich, wie die Vorgängerregierungen das haben schleifen lassen, mit dieser Ressourcensteuerung. Und der, der zu wenig hat, dem nützt nichts, wenn in der Nachbarschaft zu viele Lehrer an der Schule sind. Das zu steuern, ist eine große Aufgabe. Und natürlich, dass jetzt irgendwie die Bildungspolitiker das erstmal ansagen, das überrascht nun nicht. Dazu gibt es aber auch noch einen Finanzminister und Ministerpräsidenten. Wir müssen eben das Beides machen. Wir müssen den Haushalt konsolidieren. Wir müssen aber auch einen Bildungsaufbruch machen. Und das kriegen wir schon hin. Das kriegt Sie nicht auf, dass die dazwischen quatschen, die Koalitionsfragen machen. Das ist ja fast wie in Berlin. Nein, wir müssen von diesen Quantitätsdebatten mal rein in Qualitätsdebatten. Der Zusammenhang zwischen Klassengröße und Bildungserfolg ist erstmal wissenschaftlich gar nicht erwiesen. Das meinen nur alle. Aber seit ich in der Landespolitik bin, über 30 Jahre sind kleine Klassen der Running Gag. Das heißt, als Sie Lehrer waren, da waren Sie immer froh, wenn es, oder da wären Sie froh gewesen, wenn es geheißen hätte, also Minfried dieses Jahr 35. Nein, schauen Sie mal, ein Griechischlehrer, der hatte folgende Unterrichtsmethode. Jeder hat einen Satz übersetzt, dann kam der Nächste. Bei dieser genialen Unterrichtsmethode ist doch völlig wurscht, ob Sie 10 oder 20 Schüler haben. Die ist halt schwachsinnig. Und wenn man wirklich Bildungserfolg will, muss man schon ein bisschen was anderes machen. Anders unterrichten, gut unterrichten. Das tut man. An den Gemeinschaftsschulen findet individuelle Förderung statt. Ich habe jetzt wirklich einige dieser Schulen angeschaut. Es hat natürlich mit der Art, wie ich gelernt habe als Schüler und wie ich gelehrt habe als Lehrer, nicht mehr so viel zu tun. Da hat sie also wirklich was getan. Und darauf kommt es an. Wir reformieren die Lehrerausbildung, tun vieles, dass sich an der Qualität etwas tut. Baden-Württemberg ist nicht dadurch stark geworden, dass wir immer mehr vom Gleichen gemacht haben, sondern dass wir innovativ sind. Dass wir was Neues machen, dass wir die Dinge besser machen. Darauf kommt es an und nicht immer nur auf Zahlen zu starren. Also als innovativ haben Sie sich auch bei einem Thema, betrifft auch den Schulbereich, in den letzten Wochen als innovativ erwiesen und über Baden-Württemberg hinaus Berühmtheit erlangt, der unter dem Stichwort Bildungsplan und sexuelle Vielfalt. Ganz mal ganz ehrlich, Herr Kretschmann, wir sind ja fast unter uns, fast unter uns. Haben Sie manchmal den Herrn Hitzlsperger dafür verflucht, dass er mit diesem Outing die Debatte ausgelöst hat und dann fand man dieses Fallbeispiel Baden-Württemberg und Bildungsplan und sexuelle Vielfalt. Wir gehen gleich noch ein bisschen in die Details. Und Sie hatten dieses Thema am Bein? Ich glaube nicht, dass der das ausgelöst hat. Glauben Sie nicht? Nee. Mit Sicherheit war es parallel. Wahrscheinlich war die Online-Petition vorher. Aber es hat sich vielleicht gegenseitig verstärkt. Also ich meine, das habe ich nur schon überrascht, was da stattgefunden hat. Das muss ich ehrlich zugeben. Dass die Frage, also eigentlich eine Form eines Kulturkampfes annimmt. Das ist mir einigermaßen schleierhaft, wie das kommt. Weiß ich wirklich nicht. Ich habe jetzt allen da auch Gesprächsangebote gemacht. Also das ist schon etwas, das mich besorgt. Wieso schießt? Also es gibt ja, es ist ein Arbeitspapier, das gibt es eigentlich gar nicht her. Ich habe dann festgestellt, in diesem Text sind Formulierungen drin. Die bestimmte Leute haben da irgendwelche Schlüsselwörter und sagen, aha, das kommt aus der Ecke und irgendeine Philosophin hat da diese Gender-Theorie gemacht. Ich habe den Text gelesen und mir ist da nichts Besonderes dabei aufgefallen. Es wird sich an diesem Aufklärungsunterricht nichts Gravierendes ändern. Ich wüsste nicht was. Natürlich in einer Situation, wo Schule Sau, auch ein Schulhof, eines der beliebtesten Schimpfwörter ist, wo es viele auch versteckte Diskriminierung gibt, das ist eine Handlungsaufforderung. Ich meine, da kann man nicht zugucken. Ja, und darum geht es erstmal, das steht übrigens in unserer Verfassung, an den Schulen, an allen Schulen walte der Geist der Duldsamkeiten der sozialen Ethik. Das steht schon immer in der baden-württembergischen Verfassung. Es ist also klar, dass wir darauf achten müssen, warum sich jetzt da ein Kulturkampf entwickelt, ist mir einigermaßen schleierhaft. Aber wir wollen ihn nicht, ich will nun, das allerletzte ist ein Kulturkampf bei diesem Thema. Das muss man immer, ich habe das ja selber als Lehrer gemacht, das ist kein einfaches Thema und man muss einfach so sehen, wir leben in einer übersexualisierten Öffentlichkeit, 90% der jungen Schüler, die haben schon ein Porno angeschaut. Und die Kinder schon, aber Jugendliche, Kinder kriegen alles mit und Jugendliche auch. Und in solch einer Umwelt altersgemäß aufzuklären, ist so wichtig wie schwierig geworden. Das müssen wir einfach sehen. Aber vielleicht liegt da ja dann wieder das Problem in dem, was Sie vorhin auch mit der Qualität des Unterrichts reklamiert haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja der Versuch, dieser Diskriminierung vorzubeugen oder zu sagen, Homosexualität ist genauso gut oder schlecht wie Heterosexualität auch, die Kinder dann so eine Art Umkehrspiel, ein Umdenkspiel mitmachen zu lassen. Und finden Sie nicht auch, dass der Satz, ist es möglich, dass deine Heterosexualität nur eine Phase ist und dass du diese Phase überwindest? Vielleicht ein seltsamer Satz ist im pädagogischen Hinblick gerichtet an einen Siebtklässler oder Sechsklässler oder eine Sechsklässlerin. Gut, dazu hat die GEW-Vorsitzende heute eine Interviewstellung genommen. Das sind, das wusste ich alles auch nicht, das sind ironisierende Fragen, die jemand entwickelt hat. Das sind Fragen, die an Homosexuelle gestellt werden, aber an Heterosexuelle nicht. Es ist sozusagen ironisierend, wie Schüler darauf aufmerksam machen, mit was Homosexuelle konfrontiert werden. Was man bei Heterosexuellen nie macht, sollte also eine ironisierende Form sein. Und davon hat die GEW-Vorsitzende heute Gott sei Dank Abstand genommen. Wenn man in der Politik tätig ist, weiß man so sehr schnell keine Ironie in der Politik. Im Journalismus auch schwierig übrigens, sehr schwierig. Also das ist vollkommen missverständlich. Aber sind Sie denn sicher, dass die GEW-Vorsitzende... Nochmal, das gibt es seit 19 Jahren. Wieso hat sich darüber 19 Jahre nie jemand beschwert und auf einmal schlägt das mit solch einer Wucht auf? Ich denke, ich sehe das bei vielen Debatten. Ob das ein Nationalpark ist, ob man Musikhochschulen reformieren will, sofort schießen die Debatten durch die Decke. Es ist irgendwie etwas, was mich einfach besorgt. Vielleicht muss das ja auch sein, Herr Kretschmann. Meinen Sie denn, die GEW-Vorsitzende hätte diesen Passus, hätte diese Fragevorschläge zurückgenommen, wenn diese kritische Debatte über diese Vorschläge nicht stattgefunden hätte? Also die Mutmaßung ist doch zulässig, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, dazu geführt hat, dass dieser Leitfaden, dass diese Leitfragen nochmal überdacht werden, beziehungsweise jetzt rausgenommen werden. Sonst hätte das garantiert nicht stattgefunden. Oder glauben Sie, dass sie aus heiterem Himmel gesagt hat, das steht zwar zwar 19 Jahre, aber jetzt nehme ich es mal raus? Selbstverständlich. Ich meine, wir reagieren immer auf solche gesellschaftlichen Debatten. Das ist ja auch richtig. Ich meine, man darf einfach mal, muss mal wieder die Dinge vom Kopf auf die Beine stellen. Was heißt denn Aufklärung? Ausgang des Menschen aus seiner selbstverständlich schuldeten Unmündigkeit, hat Immanuel Kant gesagt. Aufklärung und bezogen auf den Unterricht heißt Selbstdenken, den anderen denken, sich übereinstimmend denken. So hat der Kant es formuliert. Darum geht es, dass wir Kinder schauen, dass sie selber Urteilskraft bekommen, dass sie selber einen Standpunkt entwickeln und die entwickelten Standpunkte anderer tolerieren. Das ist Aufgabe einer Schule in einer liberalen Gesellschaft. Und nicht einfach den Kindern zu erzählen, was sie zu glauben haben. Diese Pluralität ist Grundlage der Gesellschaft und der Politik, ist Grundlage des Menschseins und unsere Verfassungsordnung hat diese Pluralität zur Grundlage und zeigt zugleich die Grenzen der Pluralität auf. Das heißt, Pluralität findet auch in unserer Verfassungsordnung statt, die gibt die Werte an, die wir verbindlich sind und innerhalb dieser Werte muss seine persönliche Lebensführung jeder selber bestimmen und sein Verhältnis zur Sexualität auch. Und es ist eine große Errungenschaft der Moderne, dass wir nicht in die persönliche Lebensführung von Menschen eingreifen. Eine große Errungenschaft der Moderne und dahinter wollen wir bitte nicht mehr zurückfallen. Und solange die Leute das auf dem Boden der Verfassungsordnung machen und anderen dabei nicht auf die Füße drehen oder sie verletzen, geht das dem Staat nichts an, was die Leute in den Betten treiben. Sie haben gesagt, Sie wundern sich manchmal über die Debatten, auch wie die dann so schnell groß werden. Müssen Sie sich nicht eigentlich freuen, dass Ihre Positionen dadurch klar werden? Also die Aufregung um die Lehrerstellen macht doch klar, Winfried Kretschmann meint es mit dem ausgeglichenen Haushalt ernst. Die Frage um sexuelle Vielfalt am Unterricht, da wird doch klar, Winfried Kretschmann ist klar für Toleranz. Oder fürchten Sie, dass Sie dann nicht ganz so kompatibel sind für Leute, die auch mal CDU gewählt haben? Darum geht es nicht. Schauen Sie, in der Online-Petition, die haben ja immerhin 200.000 Leute unterschrieben, unter anderem auch ich merkwürdigerweise. Also das zeigt auch ein Problem, diese Online-Petition. Aber nur einmal. Ja, aber ich meine, das kann mir einfach einer drunter setzen. In dieser Petition steht, wir wollen die Schüler moralisch und pädagogisch umerziehen. Ich meine, man muss mal sehen, das sind Vorwürfe, die uns in die Nähe totalitärer Systeme und Regime rücken. Ich meine, das geht einfach zu weit. Das geht einfach nicht. Und der Vorteil der Demokratie ist, wir haben ein Grundgesetz, das ist ein Grundkonsens, das ist unsere Verfassungsordnung. Und wenn wir diesen Grundkonsens pflegen, dann können wir uns in tagespolitischen Fragen durchaus streiten wie die Kesselflieger. Das macht überhaupt nichts aus. Weil zivilisierter Streit hält die Gesellschaft zusammen, aber unzivilisierter Streit treibt sie auseinander. Und wir müssen ja immer fragen, was sind die Ligaturen, was sind die Bindekräfte einer modernen Gesellschaft? Mein Vorgänger Erwin Teufel hat mal einen großen Kongress gemacht. Was hält die moderne Gesellschaft zusammen? Meiner Ansicht nach hält sie zum Beispiel zivilisierter Streit zusammen. Aber wenn die Debatten unzivilisiert werden oder sogar gewalttätig, dann kippt es in das Gegenteil. Das haben wir in Europa, das können wir überall anschauen, wie populistische Bewegungen an Boden gewinnen, wie ein Operettenfürst wie der Berlus Kroni sein Land ewig und drei Tage regiert, wie in der Schweiz die Mehrheit des Volkes eine Abstimmung in die Verfassung reinträgt, die außer der SVP alle für höchst problematisch halten. Also das zeigt an, dass wir da auch besorgt sein müssen, was sich abspielt. Und deswegen ist es mir persönlich auch ein großes Anliegen. Streit ist das Salz in der Suppe der Demokratie. Aber wie wir ihn führen, ist sehr, sehr wichtig. Sie haben ja eigene... Ich muss es jetzt schon noch loswerden. Wenn mich in solch einem Klima, wenn der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion in solch einem Klima uns Gesinnungsterrorismus vorwirft, dann gießt er noch Öl in das Feuer. Von Debatten, die wir begrenzen sollten und sozusagen auf den Kern sachlicher Streits immer wieder zurückführen sollten. Also da läuft ein bisschen was aus dem Ruder. Der Unterschied oder den Unterschied zwischen zivilisiertem Streit und nicht zivilisiertem Streit, beziehungsweise dann sogar ins gewalttätige übergehende Streit, haben Sie in Stuttgart miterlebt am Kampf um Stuttgart 21. Sie mussten auch miterleben, dass Sie den Bürgerwillen exekutieren müssen, der nicht Ihr Wille war im Zusammenhang mit diesem Bahnhof. Was uns gewundert hat, als wir uns eingelesen haben für unser Gespräch, ist, dass jedenfalls nach unserer Lektüre Sie, die Grünen, auch die SPD, sich vor ihrer Regierungszeit sehr stark gemacht haben für mehr direkte Demokratie, Bürgerentscheid, Bürgerbegehren. Da steht auch was im Koalitionsvertrag dazu drin, schon ein bisschen lauwarm. Und passiert ist jedenfalls nach unserer Beobachtung aus der Ferne nichts. Haben Sie mit Stuttgart 21 einfach persönlich schlechte Erfahrungen gemacht, dass dieses Projekt mehr direkte Demokratie jetzt ruht? Ich muss sehen, die Fragen der direkten Demokratie, da geht es darum, dass wir zum Beispiel Quoren senken. Das Quorum ist enorm hoch bei einem Drittel. Deswegen hat ja in Baden-Württemberg noch nie eine Volksabstimmung stattgefunden, außer die, die die Regierung nach einem Sonderartikel eingeleitet hat. Aber aus der Volksinitiative heraus hat ja noch nie eine Volksabstimmung stattgefunden. So diese Quoren muss man senken, das geht aber nur mit der Opposition. Dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Da hat man jetzt lang verhandelt, bis zum Ergebnis gekommen. Jetzt muss man das in Gesetze packen. Wir haben Planungsleitfäden gemacht für die Behörden. Also es ist ein großes Paket, das ist jetzt im Großen und Ganzen fertig und muss jetzt in Gesetze umgegossen werden. Das wird einige Monate dauern. Also das ist nicht so, sondern das wird bis zum Sommer fertig sein. Und was ist die Verbesserung, die konkrete? Es werden die Quoren gesenkt bei der Volksabstimmung. Es werden Volksinitiativen da sein, mit denen sich das Parlament beschäftigen. Die Bürgerentscheide werden geändert auf kommunaler Ebene. Planungsleitfäden für die Behörden sind schon, wie man Bürger rechtzeitig einbezieht, die sind schon verabschiedet. Also auf allen Ebenen wird sich da was ändern. Wir müssen aber immer entscheiden, es ist einerseits mehr direkte Demokratie, wobei sie ja nur, wir wollen ja unser repräsentatives System nicht ersetzen, sondern ergänzen dadurch. Und auf der anderen Seite geht es um mehr Partizipation. Jetzt muss man immer unterscheiden, wo dann zum Schluss die verfassungsmäßigen Organe entscheiden und nicht die, die daran mitwirken. Das ist alles noch nicht durch. Wir haben das jetzt beim Nationalpark im Schwarzwald gemerkt. Das führt dann zur Enttäuschung, wenn jetzt Leute lokale Abstimmungen machen und denken, das verhindert den Nationalpark. Ist aber nicht so, weil über den Nationalpark entscheidet der Landtag oder eine Volksabstimmung in Baden-Württemberg und nicht Kommunen vor Ort. Das ist alles noch nicht so wirklich durch, kann man aber auch nicht erwarten. Wir machen das jetzt irgendwie knapp drei Jahre, die Schweiz macht das 150 Jahre. Kann man nicht erwarten, dass das alle schon wirklich auf dem Film haben. Es ist jetzt Viertel vor acht und höchste Zeit zu einem Thema zu kommen, das wir nicht aussparen können, das ist die Energiewende. Und uns ist aufgefallen in den letzten Wochen, dass Sie so gut konnten mit Horst Seehofer einige Zeit, sich da untergehakt hatten, so eine Südkoalition gegen den Energiewendeminister Gabriel in Berlin geschmiedet haben und plötzlich war das wieder vorbei. Was ist denn da eigentlich passiert? Was ist da zerbrochen? Warum waren Sie plötzlich nicht mehr so überzeugt davon, dass Horst Seehofer und Sie da am gleichen Strang ziehen können? Das, was wir zusammen in die Südschiene vereinbart haben, ist richtig und seriös. Dazu stehe ich nach wie vor und ich denke, der Kollege Seehofer genauso. Jetzt daran nicht zu zweifeln, dass er davon abrückt. Ich muss einfach sehen, wir haben erstmal eine ganz ähnliche Situation. Wir sind starke Industrieregionen mit einem hohen Strombedarf. Wir haben einen enorm hohen Atomkraftanteil. Die werden ja sukzessive abgeschaltet. Etwa 7,5 Terawatt. Und wir haben wenig Windkraft. Sie sind beide hintendran in der Windkraft. Beide Länder sind hintendran in der Windkraft. Ja, absolut. Also das sind erstmal gemeinsame Interessen. Also ergibt sich für uns daraus das Interesse, Kapazitätsmärkte zu schaffen, damit wir, wir brauchen in der Übergangszeit flexible, effiziente Gaskraftwerke. Dieses Interesse haben hart nur wir. Also es ist natürlich logischerweise vernünftig, dass wir uns da zusammentun und diese Situation, Interessen, Lage einbringen. Und das haben wir gemacht. Und das ist auch richtig, weil man muss einfach so sehen, die Energiewende muss ja umgesetzt werden, konkret. Das findet natürlich in den Ländern und Regionen statt und da herrschen einfach unterschiedliche Bedingungen. Die nördlichen Länder haben viel Windstrom, bauen Offshore, wollen ihren Strom verkaufen. Dazu braucht man Leitungen. Wir haben etwas anders gelagerte Interessen, weil wir noch keinen Wind haben. Also sind wir sehr daran interessiert, dass Wind Offshore nicht abgewürgt wird. Daneben gibt es auch gemeinsame Interessen aller, dass die Preise nicht durch die Decke schießen. Bei der Windkraft haben wir jetzt vier Ministerpräsidenten, Hessen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und wir eine Initiative gegenüber dem Bundeswirtschaftsminister gemacht. Und letztlich hat es zum Ziel, bis zum Sommer möglichst einen Konsens herzustellen in der Frage. Aber hat das nicht etwas Paradoxes, Herr Kretschmann? Sie sind Mitglied einer Partei, die quasi der Urquell der Energiewende ist. Dann gab es eine Bundeskanzlerin nach Fukushima, die sich zur Energiewende Kanzlerin gemacht hat. Dann gibt es einen SPD-Wirtschafts- und Energieminister namens Sigmar Gabriel, der jetzt sagt, ich werde die Energiewende nochmal richtig zum Erfolg bringen. Und jetzt sind Sie, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, in der Rolle des Bremsers, der sagt, halt, stopp, ganz so schnell könnt ihr das mit den Subventionen nicht verändern, weil wir dummerweise noch nicht so viele Windmühlen in Baden-Württemberg stehen haben. Oder habe ich da was falsch verstanden? Wir bremsen gar nichts. Andere bremsen. Wir halten nichts von einem Deckel zur Windkraft. Wenn man mal aktuell sieht, was Windkraft und Photovoltaik zur Steigerung der Umlage beitragen, das ist minimal. Das sind Altdebatten. Die Steigerung der EEG-Umlage ist aus der Vergangenheit. Das ist alles im Kern in trockenen Tüchern. Die Kosten sind enorm runter und die Vergütung auch bei der Photovoltaik so stark, dass Bosch ausgestiegen ist und 3,2 Milliarden quasi in den Sand gesetzt hat. Also davon kann keine Rede sein. Bei der Photovoltaik sind das 0,0 noch was Prozent, beim Wind 0,1. Das heißt, der Großteil der Steigerung, die wir überhaupt noch haben, geht auf die falsche Konstruktion beim EEG bei der Leipziger Börse. Nämlich wenn dort die Kosten sinken, steigt die Umlage. Das ist der Hauptteil. Es geht aber nach der Merit Order, nach Grenzkosten. Das führt natürlich dazu, dass es sich zurzeit gar nicht lohnt, Kraftwerke zu bauen. Also fordere ich mit anderem, dass wir Kapazitätsmechanismen brauchen. Wir brauchen also einen Markt, nicht nur für die elektrische Arbeit. Den haben wir in Leipzig, allerdings funktioniert der nicht. Wir brauchen auch einen für die elektrische Leistung. Sonst werden wir keine Kapazitäten gebaut, aber auch keine Speicher, auch kein Lastmanagement. Das lohnt sich alles nicht. Und das müssen wir jetzt irgendwie zusammenbringen. Und da bremsen wir überhaupt nicht. Klappt das denn bis Sommer, dass sich Bund und Länder da einigen? Ja, da bin ich ganz sicher. Tut das denn der Sache, Sie haben ja Ihre Interessenüberschneidung mit dem Ministerpräsidenten von Bayern skizziert, ist einleuchtend, aber gleichwohl wundert mich so ein Schulterschluss, weil er ist ja doch, wie man an diesem Stromtrassenausbaumoratorium, was er jetzt haben will, kurz vor seinen Kommunalwahlen, hat man doch den Eindruck, das ist eher ein Energiewende-Populist. Also der haut auf der einen Seite auf der Energiewende rum und trampelt da so ein bisschen rum, weil er das jetzt gerade braucht oder weil das populär ist oder weil er Angst hat, dass die Kommunalwahlen verhagelt werden. Und auf der anderen Seite hätte er aber auch gerne diese ganzen Windanlagen. Ist das der richtige Partner für Sie? Weil Sie meinen es doch ernst. Ich habe nur was Seriöses mit ihm verhandelt. Das mit den Netzen kam hinterher und ich war natürlich darüber nicht gerade amüsiert. Das können Sie sich ja vorstellen, aber ich kann es halt nicht ändern. Jeder hat sein eigenes Naturell. Duzen Sie sich schon eigentlich mit dem Horst? Ja. Also scheint es doch gut zu laufen. Es läuft ja auch gut, wenn wir was zusammen machen. Ich schaue die ganze Zeit fasziniert in Ihr Gesicht, aber auch auf diesen grünen Puschel. Ich bin so froh, dass ganz zufällig Sie den grünen Puschel bekommen haben. Alle anderen Farben bedeuten übrigens nichts. Sie wollen diesen grünen Puschel, jetzt ist es fünf vor acht, wir müssen sozusagen in die Endkurve kommen, weil danach möchten wir gerne Ihnen auch die Gelegenheit geben, noch Fragen zu stellen. Sie möchten diesen grünen Puschel am Mikrofon auch behalten. Das heißt, wir sind jetzt etwa zur Halbzeit Ihrer Amtszeit angelangt und Sie haben dieses Amt ja gewonnen in einer absoluten Ausnahmesituation. Fukushima war passiert und es war noch was Zweites im Schwange, was ich jetzt mal Mappus Malus nenne. Also es waren zwei außerordentliche Umstände, die Ihre 24,2 Prozent, waren es glaube ich, herbeigeführt haben. Jetzt merken Sie ja selbst, dass man sich beim Regieren nicht nur Freunde schafft, also ein bisschen Mappus Malus werden Sie vielleicht an sich selbst auch, nicht in der Dimension, aber auf der Lehrerseite vielleicht an sich selbst spüren. Wie wollen Sie denn dieses Wahlergebnis überhaupt wieder hinkriegen? Nochmal, es war eine absolute Ausnahmesituation, die Bundesgrünen sind durch die Decke gegangen in den Meinungsumfragen und Sie waren der Gewinner dieser Lage. Und ich meine, das wird sich ja herausstellen, ob es so eine Ausnahmesituation wirklich war. Ich meine, wir haben immer noch hervorragende Umfrageergebnisse. Selbst die Mehrheit der CDU-Anhänger findet, dass wir gut regieren. Aber verwechseln Sie jetzt nicht Ihre persönlichen Werte mit denen Ihrer Partei? Ich meine, ich bin jetzt mal ein grüner Ministerpräsident. Das ist einfach so. Sie verstehen meine Frage besser, als Sie jetzt gerade mit dieser Antwort mir weismachen wollen. Ich meine, das zeigt sich immer bei der Wahl. Ich meine, das entscheiden ja nun Gott sei Dank nicht wir, ob wir wieder regieren, sondern das souverän. Ob jetzt ein Amtsbogen es durchschlägt und wie weit, das weiß man immer erst nach der Wahl. Das heißt, wie viel von den hohen Beliebtheitswerten die Grünen dann abkriegen? Das ist ja erst mal durch Umfragen klar, dass ich noch beliebter bin wie meine Partei. Aber ich meine, ich gebe da nicht so viel drauf. Als guter Christ weiß man, dass zwischen Hoseana und Kreuzige die notfalls nur drei Tage liegen. Also, ich meine, das ist ja jetzt noch lang dahin. Ich halte nichts davon, dass man immer irgendwie regiert unter der Maxime, dass man gleich weiter regiert. Man bekommt ein Mandat für eine Legislaturperiode und nicht für zwei. Und jetzt muss man erst mal gucken, dass man in der Legislaturperiode, für die man gewählt ist, einen guten Job macht und das Land ordentlich regiert. Das versuchen wir. Und ob die Leute uns das Mandat wiedergeben, dazu ist ja die nächste Wahl da. Und sich da dauernd irgendwie so durch die Gegend zu laufen, das mache ich nicht. Immerhin, Ihre Mitbewerber von der CDU haben jetzt immerhin so langsam fangen die an zu überlegen, wer könnte denn gegen den Winfried Kretschmann antreten. Da gibt es den Thomas Strobl, den Landesvorsitzenden, und Guido Wolf, den Landtagspräsidenten. Wer ist für Sie der interessantere Herausforderer? Ich nehme nicht an, dass Sie darauf eine Antwort erwarten. Doch, hatten wir uns eigentlich so vorgestellt. Oder der Hauk, der mit dem Gesinnungsterrorismus. Also ich meine, das muss die CDU selber entscheiden, wen sie da aufstellt. Und ich werde mich damit, wer auch immer kommt, schon auf die richtige Weise auseinandersetzen. Also sagen wir so, Angst habe ich jedenfalls vor keinem. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort für diesen Teil der Veranstaltung. Und ich möchte Ihnen, liebes Publikum, oder wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, jetzt noch ein paar Fragen an den Ministerpräsidenten zu richten. Ich hätte dabei zweieinhalb bitten. Erstens, dass Sie Gebrauch machen von Saalmikrofonen, die rechts und links stehen. Die haben einen orangenen Prüschel und nochmal einen grünen. Das können Sie dann ja je nach Gusto wählen oder je nachdem, wo Sie näher sind. Zweitens, dass Sie bitte nicht der Neigung erliegen. Komischerweise passiert das immer, wenn Leute Mikrofone in der Hand haben, vielleicht auch uns, dass Sie zum Nebenreferat ansetzen, sondern dass Sie tatsächlich eine Frage stellen mit einem Fragezeichen am Schluss. So, diese beiden Wünsche hätte ich. Und vielleicht noch, dass Sie kurz sagen, wer Sie sind und was Sie tun, wenn Sie nicht gerade hier Herrn Kretschmann eine Frage stellen. Jetzt würde ich sagen, Finger müssten hochgehen und dann würde ich dem Herrn hier im karierten Hemd das Wort geben. Mein Name ist Leopold Hähnel. Ich stamme aus Baden-Württemberg und bin Ministerialbeamter des Bundes in Berlin und freue mich, dass wir hier eine Symbiose von Berlin und Baden-Württemberg vor uns haben. Aber der höflichen Worte genug. Sie sagten vorhin, für so eine Sache wie eine Gesetzesänderung im Bereich der Bürgerbeteiligung, da braucht es ein paar Monate. Da möchte ich Ihnen völlig recht geben. Aber Sie sind jetzt 34 Monate bereits an der Regierung. Sie haben die Hälfte, die Halbzeit Ihrer Legislaturperiode überschritten. Und wir haben weder eine Änderung der Gemeindeordnung zur Verbesserung der Bürgerbeteiligung. Wir haben immer noch nicht ein Informationsfreiheitsgesetz, das es auf Bundesebene gibt, auf europäischer Ebene und auf Ebene von elf Bundesländern. Und wir erleben einen Regierungsstil, den ich mal Government by Laissez-faire bezeichnen möchte. Aus meiner Perspektive investieren Sie sehr viel Arbeit und Energie in Vorzeigeprojekte wie den Nationalpark Nordschwarzwald, während in den Tälern des Schwarzwaldes monströse Logistikzentren mit LKW-Anbindung gebaut werden, Bahngleise werden zurückgebaut. Und jetzt wollte ich Sie fragen, liegt es vielleicht daran, dass die harten Aufgaben in Ihrer Koalitionsvereinbarung und auch in Ihrem politischen Lebensgefühl eine geringere Rolle spielen als die Vorzeigeprojekte der grünen Art wie der Nationalpark Nordschwarzwald? Ich bin jetzt einigermaßen überrascht über Ihre Stellungnahme. Mein Gefühl ist ganz anders, dass wir am Anfang zu viel auf einmal gemacht haben. Also das kann ich leider überhaupt nicht teilen. Wir haben das sehr, sehr flott und engagiert angegangen auf allen Gebieten. Aber die ganze Frage der Bürgerbeteiligung, das habe ich ja vorher gesagt, das müssen wir mit der Opposition zusammen verhandeln. Die hat natürlich, kann man ja nicht verübeln, hätte ich an deren Stelle auch gemacht, Pakete geschnürt. Und die sind schwierig zu verhandeln. Das dauert einfach langwierig. Das ist ganz einfach. Daran kann ich nichts ändern, zumal ich nicht mitverhandelt habe. Aber auch dann wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Also Sie müssen sehen, alle Vorhaben, die so komplex sind, wo Pakete geschnürt wurden, vom Landtagswahlrecht über Bürgerbeteiligung in den Kommunen bis zur Landesverfassung, das ist einfach ein zäher Prozess, wo viel Fingerhakel stattfindet, bis man sich da zusammengerauft hat. Das dauert einfach. Und es ist auch besser, man macht das fundiert und seriös. Es muss ja halten. Also insofern muss ich hier einfach um Geduld bitten. Es ist einfach nicht schneller gegangen. Und wir haben auf jedem Gebiet der Politik wichtige Änderungen gemacht. Und der Nationalpark ist unserer Ansicht nach kein Vorzeigeprojekt. Es ist ein wichtiges Mosaik in einer Naturschutzstrategie. Und auch das haben wir ja sehr, sehr sorgfältig diskutiert mit einem langen Gutachten, an dem die Bürger mitbeteiligt werden. Sie müssen das so sehen. Ihnen sind vielleicht andere Dinge wichtiger. Das ist auch in Ordnung. Aber uns ist das schon sehr wichtig. Und was für Sie ein Vorzeigeprojekt ist, ist für uns substanzieller, wichtiger Bestandteil der Naturschutzpolitik. So, jetzt darf ich den Herrn zu seiner Frage bitten und dann gerne auch zu weiteren Fingerzeigen ermuntern. Danke. Mein Name ist Wolfgang Oesterle-Imberry. Ich arbeite als IKT-Dozent, früher ein Fach EDV. Und ich arbeite im bundesrepublikanischen Ausland und gebe dort Bildungsurlaubsseminare. Und dazu genau meine Frage. Der DGB hat jetzt in seinem letzten Kongress eine Kampagne verabschiedet zum Bildungsurlaub. Das steht schon seit zwei Jahren in den Koalitionsverhandlungen. Und meine Frage einfach, wann wird sich die Regierung damit beschäftigen? Zum Beispiel war das heute bei der Grünen-Fraktion ein Tagsordnungspunkt. Also die Regierung und die tragenden Fraktionen beginnen sich jetzt damit intensiver zu beschäftigen. Es wird sicher eine ganz schwierige Materie. Also es fangen gerade damit an. Und ich glaube, das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen ist dafür zuständig und wird dazu, glaube ich, im April erste Eckpunkte wohl vorlegen. Jetzt habe ich zwei Wortmeldungen hier. Eine Dame mit blonden Haaren, die ganz nah am Mikrofon sitzt. Und die war einige Sekunden vor der Dame, die auch schon ein Mikrofon hat. Das ist jetzt also die Reihenfolge. Bitte schön. Ja, guten Abend. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, mein Name ist Katharina Zaludek und wir wenden uns heute mit einem offenen Brief im Namen von Autismus Karlsruhe an Sie. Sehr geehrter Herr Kretschmann, Menschen mit Autismus und ihre gesetzlichen Vertreter haben große Angst... Entschuldigen Sie, Okay, aber ich möchte nicht, dass Sie hier eine lange Petition verlesen. Die können wir so machen, dass Sie Herrn Kretschmann diese dann mitgeben, aber ich möchte nicht gerne haben, dass jetzt minutenlang offene Briefe verlesen werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür. Okay, danke schön. Dann die Dame, die schon ein Mikrofon hat und da sitzt, beziehungsweise jetzt steht. Ja, mein Name ist Christine Dörner, ich arbeite an der Führungsakademie Baden-Württemberg. Herr Kretschmann, ich finde, Herr Ministerpräsident, für Schulen gibt es noch ein anderes Thema, außer Bildungspläne und Personaleinsparungen, nämlich Lehrerinnen und Lehrer, die auch interkulturelle Hintergründe haben, also aus anderen Bereichen kommen, mit migrantischem Hintergrund und so weiter. Wenn wir jetzt daran denken, dass Sie sieben Jahre weiter sind, kleiner Blick in die Zukunft, Sie weiter in einer wunderbaren rot-grünen oder grün-roten Koalition regieren, geschätzt und geliebt von der Opposition und Sie haben es geschafft, der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu entsprechen, also die Landesregierung hat es geschafft und hat viele Lehrerinnen und Lehrer, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, an den Schulen, wie haben Sie das geschafft? Kleine Vision. Ich habe wirklich Ihr Anliegen nicht verstanden. Mein Anliegen ist, dass ich Schulen so erlebe, dass es ganz, ganz wenig Lehrerinnen oder Lehrer mit Migrationshintergrund gibt und dass ich meine, dass der Anteil erhöht werden müsste, dass also Schulen ein bunteres Abbild auch von unserem Land geben, in dem es ja viele Menschen gibt, die Migrationshintergrund haben. Also wie schafft das Land, gerade im Schulbereich, diesen Anteil zu erhöhen? Wir machen dazu gezielte Werbekampagnen bei Migranten, damit sie pädagogische Berufe ergreifen. Das ist ganz wichtig, Sie haben völlig recht, sowohl bei der Polizei als auch bei den Lehrern völlig unterrepräsentiert und wir müssen sie einfach dazu motivieren, solche Berufe zu ergreifen. Wir müssen natürlich überhaupt schauen, dass der Abiturientenanteil größer wird bei den Migranten. Das sind alles Dinge, die wir auf der Agenda haben und wir haben ja ein Integrationsministerium eingerichtet. Es ist so, dass die Integration in Baden-Württemberg erst mal ganz gut geklappt hat. Ja, wenn ich jetzt an Stuttgart denke, nicht die liberalen Oberbürgermeister von Stuttgart haben, wie Rommel, auch Schuster haben wirklich dafür sehr früh gesorgt. Das Problem ist, dass es aber irgendwie beim Aufstieg jetzt in den öffentlichen Dienst oder eben auch in Führungspositionen irgendwelche unsichtbaren Schwellen gibt und das müssen wir jetzt durchstoßen. Das ist sozusagen die nächste Integrationsaufgabe und darum geht das Integrationsministerium diese Fragen sehr gezielt an, um dafür zu werben. Ich meine, letztlich können wir nicht mehr machen, wir können dann die Leute nicht dazu zwingen. Aber ich glaube, die ganze Änderung, die wir in der Bildungspolitik machen, dienen natürlich auch dazu, dass die Migranten stärker eben auch in die Leistungsmittel und auch in höhere Chargen vorstoßen. Da liegt noch einiges im Argen. Vielen Dank. Jetzt hat sich ein Herr hier am grünen Mikrofon bereit gemacht. Ja. Mein Name ist Jochen Pettin. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Bausparkasse Badenia hier in Karlsruhe. Herr Ministerpräsident, wir hatten verschiedene Gelegenheiten zu sprechen, auch als Sie noch Fraktionsvorsitzender waren. Und ein Thema war immer, dass Sie gesagt haben, man muss erst, man kann nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Das heißt, wir müssen die Schulden abbauen, wir müssen sparsam sein. Das war auch ein Punkt, den Sie eingangs sehr stark betont haben. Und die Frage ist an Sie, welche Erfahrungen haben Sie und haben Sie Erfahrungen gemacht, wie man diesem wichtigen Ziel, was ja wahnsinnig schwer in der Politik durchzusetzen ist, wie Sie dem Ziel stärker noch nach Achtung verschaffen können? Also die Koalition hat sich entschlossen, in einem stetigen Pfad bis 2020 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu bekommen. Das heißt, ein Haushalt, der so ausgeglichen ist, dass er auch jenseits von Konjunkturschwankungen stabil ist und dass, wenn nicht ganz besondere Dinge passieren, wir die Schuldenbremse einhalten können. Das kann man vernünftigerweise in unserer Ansicht nur machen, im Dreieck konsolidieren, investieren und sanieren. Und das versuchen wir. Also wir unterliegen ja etwa in der Bildungspolitik schon der Kritik mit, dass jetzt Lehrerstellen in Zukunft auch wegfallen. Wir könnten da natürlich mehr machen, so wie es der Rechnungshof vorgeschlagen hat, machen wir aber nicht. Warum? Wenn wir zu wenig in Bildung investieren, untergraben wir die Quellen des Reichtums der Zukunft. Also wäre das nicht vernünftig. Zweite, wir haben auch verdeckte Schulden. Ja, z.B. das Vermögen des Landes auch verschleißt zu fahren. Wenn ich das mache, dann kann ich zwar gute Zahlen vorweisen, aber ich ruiniere das Landesvermögen. Das macht aber keinen Sinn. Das ist bei Landesstraßen, bei Hochschulen, beim Hochwasserschutz, Krankenhäuser. Überall haben wir riesige Sanierungsstaus und die bauen wir zugleich ab. Das ist ein zweiter Grund, warum wir einfach nicht härter sparen. Und drittens, wenn man strukturell spart, das geht nicht so schnell. Weil die Dinge müssen sich ja erst entwickeln. Also wenn Sie etwa beim Personal Einschnitte machen, was wir gemacht haben, das können Sie ja nur sozusagen von unten her machen. Also Beispiel, ich habe jetzt, wir haben jetzt etwa 110.000 Pensionäre. 2020 werden wir über 140.000 Pensionäre haben. Für die ist so gut wie keine Vorsorge getroffen. Daran kann ich aber nichts mehr ändern. Die sind einfach da. Ich kann sozusagen nur bei denen, die in den Dienst eintreten, was ändern. Aber jetzt nicht bei den Pensionen, das haben wir nicht gemacht, sondern bei anderen Dingen. Also deswegen sind das Dinge, die nicht so schnell gehen. Mal eine Punktlandung zu machen, um einen Haushalt zu sanieren, das ist nicht so schwierig. Dazu müssen Sie irgendwie nur, was weiß ich, bei der Landesbank ausmorschen oder sonst was. Dann kriegen Sie das hin. Aber das strukturell zu machen, ist einfach ein harter und schwieriger Pfad. Und die Erfahrung ist natürlich so, alles sind fürs Sparen im Allgemeinen und für die Freigebigkeit im Besonderen, wenn es nämlich um die eigenen Interessen geht. Und der Sanierungsstau ist einfach gigantisch. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Bundesstraßen, die Bundesverkehrswege nehme, allein bei denen herrscht ein Sanierungsstau von 7,2 Milliarden. Das ist nur Sanierungsstau. Wenn wir aber auch zum Beispiel Straßenschienen ausbauen, neu bauen, wenn wir das zum Beispiel bei den Straßen im vordringlichen Bereich machen, bei den Mitteln, die wir vom Bund bekommen, das dauert 112 Jahre. Daran können Sie zumeist erkennen, dass der ganze Verkehrsbereich strukturell unterfinanziert ist. Das gilt für andere Bereiche auch. Und darum ist es schwierig. Jetzt sagen alle, die Steuerquellen sprudeln so. Das stimmt. Aber da verwechseln manche Netto mit Brutto. Ein großer Teil geht in den Länderfinanzausgleich, in den kommunalen Finanzausgleich, in Personalkostenerhöhung. Pensionäre habe ich gerade gesagt. Jedes Jahr kommt eine halbe Milliarde dazu. Und wenn man das mal ein bisschen zusammenrechnet, dann dienen die Spuren und Steuerquellen dazu, dass wir nicht noch mehr Schulden machen. Das Unangenehme auf dem Weg ist leider, dass wir auf diesem Pfad dann zwischendurch noch mal Schulden machen müssen. Anders könnten wir nichts sanieren, nicht investieren. Und ich glaube nicht, dass das vernünftig wäre. Jetzt habe ich eine Wortmeldung eines Herrn aus der Mitte des Volkes, hätte ich schon fast gesagt, der auch bereit steht, steht schon am Mikrofon. Ich weiß nicht genau, die Menschenansammlung bedeutet das weitere, sind das Sympathisanten oder auch Wortmelder? Gut, wie viele davon? Alle oder drei? Drei. Dann würde ich folgenden Vorschlag zugüte machen. Wir schließen hier mit den Schalter. Sie haben noch die Möglichkeit zu fragen. Und dann kommen wir allmählich zum Ende. Ja, da, der Herr mit dem gelben Mikrofon. Also ich würde sagen, Sie, die da bereitstehen, und dann der Herr mit dem gelben Mikrofon. Und dann, glaube ich, sollten wir langsam zum Ende kommen. Bitte schön. Ja, dann versuche ich es kurz zu machen. Mein Name ist Henning Grickmann. Ich bin Neurologe am Städtischen Klinikum. Das ist aber gar nicht das Ziel meiner Frage. Wir sind ja hier in einem besonderen Ort. Und wir haben heute Abend, obwohl wir uns in einem Kulturraum, meines Erachtens auch einen wichtigen Kulturraum, nicht nur für Baden, sondern auch für Baden-Württemberg und vielleicht sogar auch für Deutschland, also wenn wir uns hier in ZKM treffen, wir haben heute Abend überhaupt nicht über Kultur und Kulturförderung und Kulturperspektiven gesprochen. Und insofern würde mich jetzt sehr interessieren, Herr Ministerpräsident, wie Sie in Baden-Württemberg Kulturförderung in Ihre Politik einbauen und Ihre persönliche Vision dazu. Also sagen wir mal so, zu Kunst und Kultur sollte nicht der Staat Vision entwickeln, sondern die Künstler, die Kulturschaffenden. Ich glaube, es ist in einer freien Gesellschaft ganz wichtig, dass der Staat nicht entscheidet, was die richtige Kultur ist. Er stellt nur Mittel da zur Verfügung. Gute Tradition und an der wollen wir festhalten. Also insofern müssen wir einfach darauf gucken, dass sozusagen alle Sparten der Kultur lebendig bleiben und gefördert werden in dem Rahmen, in dem wir das können. Aber wenn ich jetzt an die Debatte um die Musikhochschulen denke, da haben wir uns schon mal mordsmäßig die Finger verbrannt. Und das ist das, was ich sage, dass die Debatten durch die Decke schießen. Der Rechnungshof hat gesagt, ihr müsst da einsparen, wir bilden zu viel aus. Dem sind wir gefolgt, haben dann die fünf Musikhochschulen den Profilkonzept gemacht, aber nach einer Woche hieß es, Grün-Rot zerstört die baden-württembergische Musiklandschaft. Sodass ich irgendwann da wirklich zurückrudern musste, weil das nicht mehr richtig einzufangen war, obwohl das eigentlich nur ein Vorschlag war und doch gar keine Entscheidung. Das sind aber die Menschen auch nicht gewohnt, dass jetzt mal eine Ministerin nur einen Vorschlag macht und nicht schon alles entschieden ist. Und jetzt gerät die Debatte allmählich wieder in ein Fahrwasser, wo man einigermaßen vernünftig darüber debattieren will. Und das sind schwierige Diskurse, die wir jetzt da zum Beispiel mit den Musikhochschulen und den allen Beteiligten führen. Und dann hofft man, dass man da irgendwie zum Schluss einigermaßen Konsens erzielt. So geht das. Also so müssen Sie sich das vorstellen. Also die Prärogative in Kunst und Kultur haben immer die, die in diesem Bereich arbeiten und nicht der Staat. Der muss darauf reagieren und die Mittel zur Verfügung stellen, gucken, dass wir auch eine Stärke dieses Landes jetzt nicht nur in wenigen Städten Hochkultur haben, sondern dass überall, in allen Räumen des Landes gute Kultur zu finden ist. Das sind schon Dinge, auf die wir achten müssen, aber im Konzeptionellen immer mit großer Zurückhaltung. So ein Vorschlag zum Verfahren. Jetzt die Dame, dann der Herr mit dem gelben Mikrofon und dann nochmal dieses Mikrofon. Und bitte versuchen Sie, sich kurz zu fassen. Im Sinne aller, die hier sitzen. Das wird mir bestimmt auch schwerfallen. Guten Abend, Herr Kretschmann. Mein Name ist Rosemarie Zellch. Ich bin Mutter einer 24-jährigen Behindertentochter. Ich bin hier stellvertretender Vorstand des Behindertenbeirates der Stadt Karlsruhe. Das ist einmalig in Karlsruhe und schon seit über zehn Jahren. Und ich war in ihrer Vorgängerregierung im sogenannten Expertenrat, einfach als betroffene Mutter über die Landesarbeitsgemeinschaft gemeinsam leben lernen. Wir saßen an dem Schulgesetz, dass Inklusion da drin vorkommt, mit einem Wahlrecht für Eltern. Ich war mit Frau Prof. Merzertalik die einzigen zwei, die dieses Veto dazu hatten. Und in der neuen Regierung wurden wir nicht mehr dazu eingeladen. Und ich denke, es wäre wichtig, denn es passiert sehr viel in Bildung und mit Schulen. Und es tun mir wirklich auch die Lehrer leid, die alles übergestülpt bekommen. Schaut mal, wie er das alles macht. Ich denke, jeder hat ein Recht auf Bildung, der Schwächere, auch der, der ganz stark oben ist. Beide können sich gemeinsam helfen. Dazu benötigen wir motivierte Lehrer, keine ausgepowerten Lehrer und die fehlen in diesem Land. Und ich würde mich freuen, wieder gerne ehrenamtlich, wie ich es schon immer mache, mitzuarbeiten. Vielleicht schaffen Sie es, mich wieder an diesen runden Tisch zu bekommen. Ich bin auch sehr oft mit Herrn Weimar im Gespräch. Vielen Dank. Das war jetzt mehr ein persönliches Angebot als eine Frage, die bei Herrn Kretschmann, glaube ich, angekommen ist. Vielleicht können wir dann das gelbe Mikrofon zum Einsatz bringen. Außer Sie wollen direkt darauf reagieren. Aber eine Frage in dem Sinne, es war ein Angebot. Ich meine, wir haben ja, ich habe Ihren Brief erhalten und wir werden Ihnen antworten. Sie werden natürlich, auch das sind Eckpunkte in der Arbeit zur Inklusion. Grundsätzlich gibt es Wahlrecht. Das ist gut, aber teuer. Da muss man beide Strukturen vorhalten. Wir haben in den Fiskalpaktverhandlungen mit dem Bund verhandelt, dass er ein Leistungsgesetz zur Eingliederungshilfe für Behinderte macht, weil das unsere Stadt- und Landkreise in enormer Weise belastet. Das können wir nicht mehr tragen. Jetzt gucken wir, wie die Große Koalition es umsetzt. Also verhandelt ist es. Und ja, das sind die Rahmenbedingungen, warum das jetzt auch nicht so flott geht, wie Sie das zu Recht wahrscheinlich erwarten. Also das jetzt im Zusammenarbeit mit dem Bund, da geht es ja um viel Geld, das hinzubekommen, das machen wir. Und wenn diese Eckpunkte stehen, werden selbstverständlich die Verbände und die Initiativen haben, werden da einbezogen. Also Behinderten sollten bitte kein Kostenfaktor sein. Wir wollen endlich mal eine Gleichstellung. Danke. Jetzt dort hinten der Herr, der, glaube ich, schon im Besitz des gelben Mikrofons ist. Im vorübergehenden Besitz. Ja, ist aber nicht meine Parteifarbe. Guten Tag. Mein Name ist David Hermanns. Ich bin Geschäftsführer des Cyberforms. Und lieber Herr Kretschmann, ich begrüße Sie ganz herzlich in der stärksten IT-Region in Deutschland. Und meine Frage an Sie heute. Baden-Württemberg ist ja eines der stärksten IT-Standorte ganz in Deutschland. Und Bayern investiert eine Milliarde für die digitale Zukunft in Bayern. Was planen Sie als Landesvater mit Ihrer Bundesregierung in Baden-Württemberg zu tun? Zur digitalen Zukunft. Digitale Infrastruktur und Ausbau von digitalen Netzen und Unterstützung, damit die Gesellschaft IT-basiert zukunftsfähiger sein kann, insbesondere auch die Wirtschaft. Wir haben da nach wie vor ein Programm aufgelegt zur Förderung in allen Regionen. Sie müssen sehen, in Baden-Württemberg ist schon spitze auf dem Gebiet und es stehen weiter Fördermittel zum Ausbau dieser Netzen zur Verfügung. So, dann darf ich zur letzten Frage aufrufen. Die Dame, wir müssen dann Schluss machen. Es tut mir leid. Die Dame am grünen Mikrofon, Sie haben die letzte Frage und das vorletzte Wort. Guten Abend, mein Name ist Tode Kunz. Ich bin Rechtsanwalt. Gehen Sie ein bisschen näher ans Mikrofon oder holen Sie es runter? So, jetzt probiere ich es nochmal. Also, mein Name ist Pole Kunz und ich bin Rechtsanwältin. Ganz anderes Thema als bisher. Es wird immer wieder angekündigt, dass in der Justiz weiter gespart wird. Herr Professor Teugsdorf hat zum Schluss vor dem BGH gesagt, der BGH wird von Zulassungsbeschwerden überschwemmt. Andererseits ist das offizielle Bewertungskriterium für die Qualität von Richtern, wie viele Fälle sie pro Jahr abarbeiten. Und ich wollte fragen, ob man nicht mal darüber nachdenken könnte, dass man dieses Wertungssystem vielleicht mehr auf Überzeugungsarbeit und Qualität lenkt als auf Strichlisten. Ich habe den letzten Teil nicht akustisch verstanden. Meine Frage ging nach dem Bewertungssystem für Richter, das im Moment immer noch nach Strichlisten läuft, nach der Anzahl der abgearbeiteten Fälle pro Jahr. Und meine Anregung war, ob man nicht darüber nachdenken könnte, das Bewertungssystem mehr nach Überzeugungsarbeit zu machen. Da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Aber es ist eine interessante Anregung. Vielleicht schicken Sie mir noch mal eine Mail zu Ihrem Anliegen, dann gehen wir dem nach und Sie bekommen auch eine Antwort. Aber das ist mir jetzt was ganz Neues. Und mit den Auswahlkriterien von Richtern habe ich mich noch nie beschäftigt. Ich finde das einen ganz erfrischenden Schluss, dass ein Politiker auch mal sagt, davon habe ich aus der Lameng keine Ahnung. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Herzlichen Dank, Winfried Kretschmann. Und unser Dank geht natürlich auch an Sie, an das Publikum, dass Sie gekommen sind, ausgeharrt haben, zugehört haben, Fragen gestellt haben. Und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Da draußen an dem Tisch, wenn Sie rausgehen, rechts, da liegen ein paar Magazine, also genau zwei, einmal unseres. Das ist die neue Ausgabe des Cicero. Es ist heiße Ware, die ist noch nicht mal am Kiosk, aber schon hier bei Ihnen in Karlsruhe. Nehmen Sie sich mit. Jetzt hätte ich fast gesagt, so viel Sie tragen können, aber bitte nicht. Nein, also jeder eins. Dabei liegt auch noch eine Sonderausgabe unserer Schwester-Magazins aus dem Rieh-Verlag, das Monopol heißt, ein Kunstmagazin ist und sich hier mit der Messe Karlsruhe beschäftigt. Und ja, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, dann freut es uns sehr. Und dann empfehlen Sie uns weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Applaus